hallo leute willkommen zu portal 2 heute spielen wir ein custom level von jump 25 wir gehen ja auf einzelspieler kammern wir haben heute zwei level wir haben dann 25 mit 1 und 25 mit 2 das erste ist aber einzelspieler deshalb wird er gerade nicht dabei sein ist aber auch besser so wird nämlich sein mikro nicht hören aber ja kommen wir zu 25 mit 1 speed von patrick das werden wir spielen und ich habe keine ahnung was ich hier mache ok jetzt fangen wir anscheinend an wenn euch das gefällt dann lasst gerne leichter und sagt dass ihr mehr davon sehen wollt ok was gibt es denn alles schnell rennen blöcke blöcke schwimmen und basketball spielen ok super die web soll sehr einfach sein dass auch jemand wie ich das schaffen kann ich habe portal 2 nie wirklich durchgespielt würde ich irgendwann machen deshalb ist das ja nicht neu ich habe das in videos gesehen aber das ist erstmal das ist wirklich auch in dem habe ja was macht das hier ok ok ich habe ihn das doch super was ist hier unten stoppt er da kehrs wenig was mache ich jetzt mit dem kann ich hier rein das funktioniert ok das gibt es hier drüben ein knopf was macht er es ist da oben da muss auch noch irgendwas aktiviert werden ich weiß allerdings nicht ganz genau wie ich habe aber so eine leichte idee wenn ich ganz ehrlich bin weil was ist wenn wir so machen dann kommt das hier wieder raus dann ist hier so dieses speed ding und wenn ich jetzt den schalter drücken und auf das bieten gehen dann sollte ich doch schaffen hochzukommen ja das hat geklappt ok da muss ich hoch aber wie komme ich denn da hoch sehr 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 schwierig aber ich habe eine idee ich glaube ich bin jetzt auf meinem brain und nehmen den würfel mit und schmeißen da rein weil jetzt kann ich ja den hirn schieben und da kann ich hier hoch springen und dann habe ich das aktiviert was muss ich denn dann noch machen ok ich glaube ich verstehe sogar ich glaube ich verstehe jetzt beeilen den würfel wieder darauf legen den schalter aktivieren und dann sind wir durch wir müssen erst mal das ja ok ok das bringt nichts das sieht schon mal gar nicht schlecht aus naja seht ihr das jetzt sind wir hier voll fest ok da können wir glaube ich nicht durch aber wir sind jetzt voll fest oh hier sterbe ich oh verdammt ich glaube jetzt muss ich alles neu machen ok ich glaube so ist es am klügsten ja und dann kann ich hier einfach mal so dann komme ich hier schnell durch ja ich glaube jetzt habe ich es drauf schnell 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 was wie bitte was habe ich denn falsch gemacht muss hier noch mehr hin oder aber wie soll ich denn hier noch mehr hin machen was mache ich denn falsch ich sehe es nicht ich kann jedoch keins hinwerfen jetzt wo das ist mega fies abgestimmt das ist ja richtig perfekt timing hier aber wir haben es geschafft glaube ich oder haben es geschafft ja wir haben es geschafft ok war super war super aber gefallen wenn euch auch gefallen hat dann können ja auch gerne da lassen das wäre auch sehr super so jetzt spielen wir kooperative kammern wir spielen jump 25 map 2 zusammen mit dem waschechten jump 25 es gibt es gibt es gibt wieder baseball es gibt noch mehr würfel es gibt hüpfen und es gibt noch mehr würfel super und es gibt musik ok 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 da ist ein würfel willst du den holen Ok da ist ein würfel willst du den holen und ich mache es so Geronimo! Boing! Hier wartet auf jetzt mal hier Nein der ist kaputt gegangen! Was? Guck mal hier Wo kommt der denn jetzt? Was? Das liegt auf dir Und ein Trombo Das ist ja krasser Tor mir Geh mal weg So Und was macht das? Ah das ist für später wenn wir dann raus können Aber da sind noch drei Schalter Ne vier sogar Was machen die denn alle? Ich drück mal alle da drauf Hier hier Ok Was mache ich jetzt? Da hinten nochmal ich wieder zurück Da Ich bin fast eingeloppt In der Flasor Kommst du? Ja Ja Leute wo bin ich? Hä wie bin ich hier hingekommen? Was hast du gemacht? Ich hab ein Portal auf dich geschossen Und dann? Hä wo bin ich? Hä? FETF? Wo bin ich hier? Oh ein Portal dankeschön Kann ich den nicht mitnehmen? Nein, nein Weg Der beobachtet uns Ok Haben wir es geschafft? Haben wir gewonnen? Ich glaub das ist falsch rum Warte, warte Ich mach dir ein richtiges Symbol Da musst du stehen Ok Und jetzt musst du Da stehen Genau Juhu Da haben wir es geschafft Ok Das war Super tolle Erfahrungen Die wir machen konnten Hast du vielleicht irgendwas noch zu sagen? Nein 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 Gar nichts mehr Nein Ja ok dann werde ich das Video So das war eine tolle Folge Und D D D